Hast du dich schon mal gefragt, was ist Zeit? Das ist sicherlich eine schwierige, vielleicht auch etwas abstrakte Frage, aber man kann sie auf vielerlei Weise angehen. Wir wollen das jetzt nicht tun wie die Physiker, die ihre Relativitätstheorien haben, um sich darüber Gedanken zu machen, sondern es auf eine mehr für unsere Erfahrungen relevantere Weise tun. Denn die Frage an sich ist natürlich nicht leicht, was ist Zeit? Augustinus stellte selbst mal in seinem 11. Kapitel der Bekenntnisse fest, was ist also die Zeit? Wenn mich jemand darüber fragt, so weiß ich es. Wenn ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht. So würde es uns sicherlich auch gehen. Und trotzdem kennen wir alle Zeit. Wir erleben es ja jeden Tag. Wir haben, seit wir geboren sind, ein Zeitgefühl. Und das Faszinierende an der Zeit ist, dass man, umso länger man sie hatte, sie genießen durfte, sie umso kostbarer wird. Was auch daran liegt, dass sie rarer wird. Also im Grunde, umso weniger die Zeit wird, die man hat, umso wertvoller wird sie für einen, weil man schon sehr viel von ihr hatte. Und dabei scheint, ja, nach dieser Erkenntnis, oder ist natürlich, das wissen wir alle, unsere Zeit limitiert auf dieser Erde, für jeden Einzelnen. Wir alle haben nur eine endliche Menge an Sand in unserer Lebenssanduhr. Und diesen hat Gott da reingelegt. Nur dass der Sand eben zunehmend der Schwerkraft folgt, beziehungsweise uns die Zeit zwischen den Fingern zu zerrinnen scheint. Und wir spüren diese Spannung und diese Vorahnung in unserem Leben, die sich offenbart in Sätzen wie, wo ist die Zeit geblieben? Der Tag hat nicht genug Stunden. Ich muss das Beste aus meiner Zeit machen. Und wann wird meine Zeit kommen? Für manche vergeht die Zeit sehr schnell. Weihnachten ist gar nicht lange her. Und übermorgen ist wieder der zweite Advent. Die Zeit lässt sich auch irgendwie nicht verlangsamen irgendwann. Stattdessen scheint sie jedes Jahr schneller zu vergehen. In der Jugend ist es häufig eher andersrum. Da kann man es aus den Vollen seiner Lebenszeit schöpfen und verfällt häufiger auch mal in Langeweile. Und wenn man das Vergehen der Zeit dann besonders kräftig und bewusst wahrnimmt, nämlich, dass sie in Zeitlupe vergeht. Und gleichzeitig sehnt man sich nach der Zukunft, dass viel mehr Zeit schon vergangen ist, dass man endlich mehr Freiheit hat, ein Führerschein, Abitur oder ein Studienabschluss. Letztlich frustriert uns die Zeit. Den Alten wie den Jungen. Sie lässt uns irgendwie leer zurück, weil sie am Ende weg ist. Und warum ist das so? Und was können wir dagegen tun? Können wir überhaupt was dagegen tun? Was kann uns helfen in dieser Zwickmühle, in der wir stecken? Und eine Antwort wollen wir uns, oder die wichtigste Antwort auf diese Frage, wollen wir heute Abend näher beleuchten. Und zwar eine Antwort von Gott erbeten und sein Wort befragen letztlich. Und dafür wollen wir Prediger 3 aufschlagen. Und ich möchte mit dem ersten Vers beginnen. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Häufig erscheint uns das Leben ja so zufällig. Also das eine Anhäufung von Ereignissen irgendwie auf den anderen folgt. Man fragt sich, was wird heute passieren? Aber alles hat seine Zeit, scheint anzudeuten, dass es gesetzte Zeiten gibt. Vielleicht sogar, dass jemand sie festgesetzt hat, was noch deutlicher wird. Und ja, aber jetzt hier schon auch ein Stück weit durchscheint. Und ich möchte es hier schon sagen, Gott ist es, der diese Zeiten festgesetzt hat. Gott ist souverän in Zeit und Ewigkeit. Das ist der Titel unserer heutigen Jugend. Und zu Beginn führt der Prediger ein Gedicht an, um seine Feststellung in Vers 1 erstmal zu illustrieren. Mehr noch nicht. Erstmal nur illustrieren, auch erstmal nur die Zeiten beschreiben. Das ist kein Imperativ, der jetzt in diesem Gedicht folgt. Also, dass wir bestimmte Handlungen tun müssen. Sondern er beschreibt einfach nur die menschlichen Lebensvollzugehörungen. Und ich möchte, dass wir uns dieses Gedicht jetzt erstmal durchlesen. Ich lese es einmal vor und dann haben wir fünf Minuten Zeit. Hat jeder fünf Minuten Zeit, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was einem so auffällt bei diesem Text. Und dabei ist vielleicht noch wichtig zu sagen, also Hebräer haben eine etwas andere Art zu dichten. Wir beschränken uns auf das Reimen häufig mit Endreimen. Die Hebräer machen das etwas tiefgehend, vielleicht etwas abstrakter. Sie reimen Gedanken. Sie reimen Konzepte und formieren sie in einer kunstvollen Anordnung. Und das soll jetzt auch gleich nochmal deutlich werden. Gut, also der Text. Ab Vers 2. Oder ich lese nochmal eins mit. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten vom Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Jetzt also fünf Minuten, um das Gedicht zu analysieren. Keine Sorge, es ist anders als im deutschen Unterricht. So, dann mal die erste Frage zu diesem kleinen Gedicht. Was ist das Thema? Was würdet ihr sagen? Es hat irgendwie alles mit, lebensvolles, alles, das ganze Leben hat irgendwas mit Zeit zu tun, ja. Alles was sie tun. Damit, dass alles seine Zeiträume hat. Also angemessen halt Zeiträume, wie es sich meine. Genau, wichtiger Aspekt, dass es, es gibt abgegrenzte Zeiträume, die auch in diesem Gedicht, klar. Es geht nicht nur um Zeit im Allgemeinen, sondern Vers 1, alles hat seine Zeit, bestimmte Zeit. Und für jedes Formen gibt es eine Zeit, man könnte es auch mit Zeitpunkte und Zeiträume, diese beiden Begriffe, die da benutzt werden, beschreiben. Ja, und es gibt verschiedene Zeiträume, genau. Das ist das Thema. Es gibt auch einige sehr alltägliche Tätigkeiten, die hier aufgeführt werden. Da kommen wir gleich noch dazu. Vielleicht können wir diese Frage also schon mal hier so halbwegs beantworten. Was ist das Thema? Also im Fokus steht die Zeit. die Zeiträume, in denen wir auch leben und uns bewegen. Sie werden so ein Stück weit aufgestellt wie Jahreszeiten. Wenn Sommer ist, das wissen wir alle, kann ich gleichzeitig Winter sein. Und ebenso ist das hier auch. Wenn Zeit zur Trauer ist, kann ich gleichzeitig Zeit zur Freude sein. In der Zeit des Gebärdens ist eigentlich kein Raum für den Tod, jedenfalls für den Moment. Und es sind alles irgendwie Elemente, auch ganz praktische Lebensvollzüge, bis zu den Bestimmsten des Menschen, Leben und Sterben, die hier irgendwie behandelt werden. Okay, und wie sieht die Struktur aus? Habt ihr irgendwas zu der Struktur feststellen können? Ja, ähm, es ist nicht immer erst gut, dass der Frechner rechnen kann. Ja, Olli hat es schon gut, eine der wichtigsten Beobachtungen festgestellt, dass wir es hier mit Begriffspaaren zu tun haben, die ja schon fast gegensätzlich sind. Es sind aber nicht immer exakte Gegensätze. Also gebären oder geboren werden und sterben. Ja, oder Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen, das ist, passt nicht ideal, würde ich sagen, an manchen Stellen. Aber es ist, es geht schon sehr in die Richtung, dass es einfach zwei verschiedene Sachen sind, die da ablaufen. Und, was Olli auch festgestellt hat, zu Recht, ist, dass die in einer gewissen Weise angeordnet sind. Die habe ich hier auch mal abgebildet. Also wenn man einmal das Positive, oder es ist nicht immer einfach zu sagen, was jetzt positiv und negativ ist, aber bei den meisten kann man es ziemlich deutlich sagen, dann merkt man, dass es einer gewissen Struktur folgt. Erst in Vers 2 kommt das Positive, dann das Negative, also bei beiden Paaren, erst positiv, dann negativ, zweimal. Dann 3 und 4 ist es zweimal andersherum. Also für die vier Paare kommt erst das Negative und dann das Positive. In 5 und 6 wechselt es wieder. Und 7 ist einfach nur einmal, ist wieder erst das Negative, dann das Positive. Und 8 fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, weil es da so chiastisch formiert ist. Also dass man quasi die negativen Paare innen hat, also überkreuzend, und die positiven außen. Okay, also ein bisschen allgemein zur Struktur. Jetzt war nach hinten noch Meldung. Ja. Allgemein sagen, es sind genau zwei Paare vor Vers. Genau, es sind immer zwei Paare vor Vers. So kommen wir auf wie viele am Ende? Korrekt, 14 Paare, die hier so kunstvoll formiert sind. Wie gesagt, Konzepte, die gereimt werden. Das ist jetzt, genau. Und das ist auch wahrscheinlich der zentrale Punkt, den Kai gerade herausgestellt hat, den Salomo auch damit deutlich machen will, indem er das Gedicht schildert, indem er es selbst geschrieben hat, dass im Grunde das Leben absurd ist letztlich. Also es ist sinnlos, da kommt wieder das Konzept des Haschens nach Wind, der Nichtigkeit hervor, womit er das Thema schon startete, dass wir im Grunde 14 Pluspunkte verteilen, 14 Minuspunkte und am Ende ist die Summe einfach null. Jede Geburt endet mit dem Tod. Jede gepflanzte Pflanze wird ausgerissen. Jedes Gebäude wird irgendwann schließlich abgerissen. Jede Feier weicht einer Beerdigung und jeder Frieden weicht einem neuen Krieg. Man hat am Ende der Rechnung nichts gewonnen. Das kam auch schon im Kapitel 1 vor. Welchen Gewöhn hat der Mensch von all seinen Müh, mit denen er sich abmüht unter der Sonne? Eine Generation kommt und eine Generation geht, aber die Erde besteht in Ewigkeit. Es ist alles eitel und ein Haschen nach Wind. Okay. Was können wir noch zum Inhalt feststellen? Oder vielleicht können wir noch mal ein bisschen in die einzelnen Verse, fällt euch noch irgendwas ein zum Inhalt? Eine Sache wurde ja schon gesagt, dass es recht gewichtige Sachen gibt, die hier geschildert werden, das Gebären und Sterben. Und dann gibt es irgendwie recht profane Handlungen, Pflanzen und Ausreißen oder vielleicht auch etwas komische Handlungen, wo man auch im Nachhinein nicht mehr so ganz sagen kann, was ist damit gemeint. Steine werfen, Steine sammeln in Vers 4, nee, Vers 5, da muss man dann eigentlich von ein bisschen von der Struktur her kommt man vielleicht drauf, was es sein kann, wenn man voraussetzt, dass das hier diese Struktur sein muss. Ich denke, das ist sinnvoll, dass das so strukturiert wurde von Salomo oder so wird er es strukturiert haben. Dann kann man sagen, okay, Zeit für Steine werfen muss irgendwie positiv sein und Zeit für Steine sammeln negativ. Und dann gibt es dann verschiedene Theorien, was gemeint ist. Einmal, dass man, wenn man Steine auf ein Feld legt, es verdirbt. Und wenn man die Steine weg nimmt, es bereitet für die Ernte. Da wäre aber die Reihenfolge nicht so richtig. Gewisse jüdische Kommentatoren haben das auf die Liebe bezogen, beziehungsweise vor allem auf die Sexualität. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie man darauf kommt, aber das sind einfach so Auslegungen, die quasi so im Raum stehen, wo man verschiedene findet und sagt, okay, im Letzten weiß man es nicht. Also es wird aber, ja, also es werden Steine geworfen und Steine genommen, aber beim anderen ist es halt sehr klar, worum es geht. Fällt noch irgendjemand was zum Inhalt auf? Ja, Kebron? Ja, wie gesagt, es sind nicht exakte Gegensatzpaare. Aber ich würde mal sagen, auch klar, Suchen ist vielleicht jetzt nicht extrem positiv. Manche gehen natürlich Schätze suchen, das ist natürlich was Positives, aber Zeit fürs Verlieren, das ist ja natürlich eindeutig negativ. Man hat noch Hoffnung, deswegen sucht man und beim Verlieren hat man dann aufgegeben. Das Resultat steht fest, man hat es verloren, beim Suchen war es noch nicht klar, ob man es verloren hat. Könnte man so sehen, ja. Daniel erst mal. Ja, also im Grunde kann man hier auch sicherlich Salomo sehen, der zurückblickt und sieht, wie sein Leben abgelaufen ist. Es ist ein abwechslendes Ereignis von positiven und negativen Sachen und am Ende, was hatte er behalten? Wir hatten ja seine Verzweiflung in Kapitel 1 und 2, es ist schon eine Weile her, aber gesehen, seine Suche nach Sinn und sie verlief ohne Gott erst mal total frustraten und in Verzweiflung. Okay. Genau, es ist gut, dass Kai das nochmal sagt. Also positiv und negativ heißt jetzt nicht, dass wir das dann alles tun sollen oder lassen sollen. Es ist einfach wirklich beschreibend und ist etwas quasi die... Ja, jetzt fehlt mir das Wort, aber belassen wir es mal bei positiv und negativ. Also irgendwie, mir fällt nur das Englische ein, desirable, erstrebenswert. Dankeschön. Ja, das ist auch viel schöner, das Wort. Okay. Ich wollte noch einen Aspekt dazu sagen. Also es sind Sachen dabei, die kann man intendieren, die kann man selbst planen. Zum Beispiel, dass man jetzt eine Pflanze in seinen Garten setzt oder Unkraut herausreißt. Viele der Dinge können wir aber auch gar nicht planen. Allen voran gebären und sterben. Man könnte jetzt sagen, ja, da kann man ein bisschen nachhelfen. Also die Frau kann natürlich ein Stück weit planen, wann sie gebärt. Und ja, es gibt die Möglichkeit des Suizids. Aber das ist selbst das. Also sagt die Bibel ganz klar, dass Gott jedem seine Zeit ein Stück weit gesetzt hat. Das werden wir auch nochmal am Ende sagen. Wird später nochmal kommen, der Vers. Und wir sehen zu dem Gebären eine interessante Stelle in Genesis 17, also 1. Mose 17, 21. Da haben wir uns Sarah verzweifelt versucht, Kinder zu kriegen, eben über Jahre. Gott hat es immer wieder versprochen. Und jetzt kündigt er es quasi vor jeder möglichen Planung an, dass es eine Zeit wird, wo sie gebären wird. Aber meinen Bund wäre ich mit Isaac aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Das ist also ein Jahr voraus, fern von jeglicher Planung. Und so können wir auch in Psalm 139 sehen, dass Gott eines jeden Menschen Zeit gesetzt hat, zu leben, aber auch zu sterben. Wie gesagt, kommen wir später nochmal zu. Und man könnte aber auch sagen, hier muss nicht zwingend gebären das Wort heißen, was hier steht. Man könnte in diesem Kontext, könnte das Wort gebären auch einfach für das Geborenwerden so gut übersetzt werden. Und da hat man aus dieser Perspektive ja nun gar keinen Einfluss drauf. Also wann ich geboren wurde, da habe ich nun gar nichts zu beizutragen. Auch für Krieg oder Frieden. Also da hat man nicht so viel Einfluss drauf. Jedenfalls der Einzelne steht dem recht ohnmächtig gegenüber. Man kann noch eine ganze Weile darüber nachdenken, was diese einzelnen Motive sagen und was diese Struktur uns sagen will. Und genau das ist der Punkt eines Gedichts oder was auch vor allem die Hebräer mit diesem Gedankenanordnung verursachen wollen. Dass man langsamer wird und nachdenkt. Und immer wieder und immer wieder liest. Genauso sind die Psalmen auch eine Anordnung vor Gedanken, die da verursachen sollen, dass man langsamer liest, letztlich auch dankbarer dann irgendwann liest. Und bei all den Schwierigkeiten, die wir jetzt vielleicht noch haben, beim Verständnis, ist es ganz schön, dass Salomo uns jetzt die Deutung liefern will zu diesem Gedicht. Er hat uns ja das Gedicht nicht einfach so gegeben, sondern er will eine Lehre daraus ziehen. Und die teilt er uns mit im Folgenden. Ab Vers 9. Welchen gewinnt halt also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschen gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Starten wir mit Vers 9. Die Frage kennt man auch schon aus Prediger 1. Dieses, was hat der Mensch eigentlich für ein Gewinn bei seinem Tun? Und während er noch in Vers 3 hinzugefügt hat, unter der Sonne, und wir hatten damals festgestellt, dass er quasi eine gewisse Voraussetzung hatte, er will diese Untersuchung rein naturalistisch, also rein auf das Natürliche, das Beschränken und das Übernatürliche erstmal und Gott ausklammern. Also er will nur unter der Sonne suchen nach der Wahrheit. Diese Näherbestimmung fehlt hier in Vers 3, 9. Und das passt auch ganz gut dazu, weil im Text lief es ja weiter, die letzten drei Kapitel. Und wir hatten geendet mit 2, 24 bis 26 bei der ersten Jugendstunde. Und da stellte der Prediger ganz klar fest, Salomo, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele gut sehen lässt bei seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt, denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Den Sünder gibt er aber das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Aber was hat jetzt erstmal, wir hatten es schon gehört von Kai, der Mensch von seinem Leben, was wir aus diesem Zeitgedicht jetzt gehört haben, nichts. So erstmal so ohne Gott nichts. Doch wie der Prediger deutlich machen wird und es auch schon in 2, 24 bis 26 deutlich gemacht hat, ist er trotzdem beschenkt von Gott. Der Mensch hat trotzdem Gottes Gaben und wir werden auch noch hören von Ewigkeit, Essen, Trinken, Freude, Dankbarkeit, das Leben. Also ohne Gott bleibt dem Menschen nichts. Mit Gott hat er sehr viel mehr. Und was bietet der Prediger jetzt für eine Alternative zu der Resignation in Vers 9? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschen Kindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat von Anfang bis zum Ende. Aber erstmal Vers 10. Gott hat uns etwas gegeben. Eine Aufgabe. Oder ein Geschäft, je nach Übersetzung. Und um einer Aufgabe überhaupt nachzugehen, braucht man ein Leben, das Gott einem geschenkt hat. Und auch dieses Motiv kennen wir aus dem ersten Kapitel. Es taucht hier wieder auf, Vers 13. Und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Ein übles Geschäft hat Gott da den Menschen Kindern gegeben, sich darin abzumühen. Und jetzt kann man ihn meinen, und das ist ja auch diese Konnotation, das, was so unterschwellig da mitschwingt in diesem Text, dass es eigentlich kein schönes Geschenk ist, was Gott den Menschen gegeben hat. Aber dabei müssen wir uns in Erinnerung rufen, Gott hat uns das Leben geschenkt. Das ist in sich etwas extrem Positives. Doch aufgrund der Schuld des Menschen vom Sündenfall und die sich bei uns allen fortsetzt seitdem, musste die Erde verflucht werden. Genesis 3,17, 1. Mose 3,17-19 Zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Bauern, von dem ich dir geboten habe, sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Müh sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dorn und Dieseln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Und obgleich Gott das zugelassen hat und uns diesen Auftrag gegeben hat, zielte er damit auf etwas ganz Bestimmtes ab mit der Mühe. Und hat etwas ganz Bestimmtes damit intendiert. Und jetzt kommen wir zu Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Und in manchen Übersetzungen steht hier für schön, auch gut. Und das ist auch die Intention quasi dahinter, dass wir auch ein bisschen erinnert werden, siehe, es war alles gut. 1. Mose 1, der Schöpfungsbericht. Gott hat auch alles wirklich gut gemacht zu seiner Zeit. Er hat, wie er auch alles gut geschaffen hat. Und wenn er etwas gut gemacht hat, dann heißt es auch, er hat es auch angemessen gemacht zu seiner Zeit. Und wenn wir dieses angemessen nochmal überlegen. Bei dem Gedicht war es so, wir hatten gesagt, es sind Gegensatzpaare. Wenn es Zeit ist, zu trauern, weil zum Beispiel jemand gestorben ist, es ist komisch, wenn man lacht dabei. Wenn aber Zeit ist, sich zu freuen, weil man ein Kind bekommen hat, geheiratet hat, dass, was weiß ich, ein Fest ansteht, dann ist es komisch, wenn Leute traurig sind. Es ist einfach nicht angemessen zu der Zeit, die gerade ansteht, die Gott auch so eingerichtet hat. Und im Strich fasst er also damit zusammen, dass all diese Zeiten, in die Gott den Menschen geworfen hat, gestellt hat, Zeiten sind, die er festgelegt hat, für die er verantwortlich ist. Und die er bereitet hat, damit wir in ihnen leben. Nicht der Macher oder der Schaffende aus Vers 9 hat sich entschieden für diese Sachen, sondern Gott hat diese Zeiten festgesetzt. Hinter den menschlich geplanten Zeiten oder auch den zufällig über ihn gebrachten Zeiten steht letztlich der große Herrscher der Zeit. Er ist der Allesbedingende, wie Kyle Delitzsch ihn nennen, oder und Delitzsch, also der, der alles letztlich bestimmt hat. Und er hat einen Plan dahinter, den er verfolgt, den er umsetzen will. Dass Gott das eben alles determiniert hat, alles festgesetzt hat, so ein Stück weit, braucht uns dann aber gar nicht zu ängstigen. So wie der Psalmist zum Beispiel, und das ist tröstlich gemeint von seiner Seite, in Psalm 31, Vers 16 meint, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist etwas Gutes, dass wir in dem, in der Hand dessen geborgen sind, der nur Gutes tun kann, der nur das Beste auch bestrebt, weil er selbst der Perfekte ist. Und so hat er festgelegt, ja, wann wir auf und ab gehen. Jetzt Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. Gott hat unsere Zeiten, unsere Geburt festgelegt. Er hat auch unseren Abgang festgelegt, wie Hiob feststellt. In Hiob 14, 5 sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir, und hast du ein Ziel gesetzt? Also es ist bezogen auf den Menschen, dass seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monde bei Gott sind, und er ein Ziel gesetzt hat, das er nicht überschreiten kann. Und der Prediger weiß auch, und das leitet jetzt über zu Vers 11, dass wir eigentlich nicht dafür geschaffen sind. Wir sind nicht für diese wechselnden Zeiten geschaffen. Wir sind nicht dafür geschaffen, dass am Ende eine Nullsumme rauskommt. Wir sind nicht dafür geschaffen, dass wir irgendwann sterben und alles vorbei ist. Und so wird es ja auch nicht sein. Und deshalb hat Gott uns in unser Herz die Ewigkeit gesetzt. Obgleich wir trotzdem in dieser Zeit des Wandels sind, in dieser Welt des Wandels, haben wir doch dieses Gefühl der Ewigkeit. Und daraus erwächst dann das, dieser Wunsch nach Ewigkeit, den wir haben, diese Unzufriedenheit mit dem Vergänglichen. Wir wollen, dass es bleibt. Wir wollen, dass es keinen Abschied mehr gibt. Sei es nur ein zeitlich Begrenzten, der kann schon traurig genug sein, oder ein Endgültigen mit dem Tod. Also wir wollen etwas, was bleibt. Das ist jetzt Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und da gab es dann auch viele Diskussionen drüber, ist es jetzt hier Ewigkeit, was das Wort, was hier steht, bedeutet. Manche konnten sich dann noch zu Unaufhörlichkeit ruhig durchringen. Bubarosen 2 kam es mit Weltdauer übersetzt. Aber es gibt ganz komische, auch andere Übersetzungen, wo man sich erstmal denkt, okay, wie kommen sie darauf? Ich denke, es gibt keinen Grund, von der klassischen Übersetzung Ewigkeit abzuweichen. Das ist hier gemeint. Und das ist ja auch was mit Unaufhörlichkeit gemeint ist. Es ist eben genau diese Ewigkeit, die Gott in das Herz des Menschen gelegt hat, im Gegensatz zu diesem Zeitgedicht, zu dieser ganzen Zeitlichkeit, diesem Wechsel. Wir wollen Unaufhörlichkeit. Und das hat der Ewige so getan, der ewige Gott. Und die Unaufhörlichkeit und Ewigkeit passt sehr gut zu der Unzufriedenheit, die auch schon ihr Prediger bis jetzt durchzogen hat. dieser Wunsch danach etwas, dass nicht nur Mühsal da ist. Und diesen Wunsch nach Beständigkeit hat Gott dem Menschen nicht einfach nur geschenkt, um ihn zu ärgern, sondern weil er ursprünglich ja genau diese Beständigkeit für ihn vorgesehen hat. Nochmal kommt hier wieder der Sündenfall ins Spiel. Und deshalb ist dieser Wandel so unbefriedigend, wie Kierkegaard auch einmal festgestellt hat, und was die Zeit nötig hat, lässt sich in einem Wort sagen, Ewigkeit. Und dass Gott diesen Ewigkeitssinn in unser Herz gelegt hat, das soll etwas hervorrufen. Genau das, was ja hier passiert. Frustration. Frustration mit der Zeitlichkeit, die uns dann zu Gott treibt. Und selbst wenn wir dann jetzt bei Gott sind, verstehen wir nicht immer, warum Gott das alles so getan hat. Warum musste das und das geschehen? Jemand krank werden? Jemand sterben? Nicht immer ist das deutlich. Aber das berechnet der Prediger auch mit. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Der Ewige, der die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, da ist natürlich auch zu erwarten, dass wir nicht alles von ihm verstehen können, von Anfang bis zum Ende. Sicherlich gibt es Aspekte, die wir verstehen. Zum Beispiel, was uns die Bibel so deutlich sagt, dass wir Sünder sind. Und dass wir eigentlich dafür gerichtet werden sollten. Jesus aber für uns eingetreten ist am Kreuz und wir deshalb gerettet werden können. Das können wir verstehen. Das war ein Plan Gottes, den wir einsehen können. Trotzdem verstehen wir nicht alles, wie das passieren konnte, wie man überhaupt auf diesen Gedanken kommt, dass das funktioniert und doch funktioniert es irgendwie. Und Gott ist gerecht dabei. Und diese Tiefe seines gewaltigen Plans, das schwingt ja auch immer mit, zum Beispiel bei Paulus in Römer 11, in dieser berühmten Stelle, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Fakt ist aber, wir brauchen auch gar nicht alles ins kleinste Detail zu verstehen. und immer genau wissen, was er tut, sondern das hat auch etwas, was wir lernen sollen. Wir sollen nicht nur lernen, dass wir zeitlich sind, dass wir an der Zeitlichkeit frustrieren, dass wir damit zu Gott kommen, sondern wir sollen auch unsere Begrenztheit verstehen, die uns in die Abhängigkeit von Gott tragen. Und das Schöne ist, dass wir trotzdem wissen, dass weil Gott es gewirkt hat, genau das, was er sich vorgenommen hat, am Ende auch passieren wird. Die Menschen, die also dann, wenn wir das jetzt zusammenfassen und überlegen, okay, wenn Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat und wir eigentlich für etwas anderes bestimmt sind als das, was wir hier haben, dann sollte es uns doch nicht überraschen, dass wir nur frustriert sind, wenn wir uns nur auf das hier beschränken, auf all diese zeitlichen Belange. Wundert einen ja nicht. Und diese Frustration hat der Salomo selbst erlitten. Gott will aber genau diese Unzufriedenheit nutzen, um uns zu ihm zu bringen. Denn ohne ihn werden wir nie zufrieden sein. Wie es der Kirchenvater Augustinus von Hippo sagte, denn auf dich hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Im Grunde ist das die Triebrichtung des Predigerbriefs. Wenn wir diese ganze Frustration sehen, die dadurch, die der Prediger hier schildert, die das auch, die Salomo auch in uns auslösen will, diese Erkenntnis, dann soll uns das zu Gott treiben. Und dann werden wir wirklich Ruhe finden. Und das Schöne ist, dass wir dann auf einmal etwas verstehen dürfen. Und das hat auch Salomo verstanden. Er hat das erst gesehen, diese Geschäfte, die er hier geschildert hat. Und dann erkennt er etwas in Vers 12. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihm gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Und das ist der Punkt. Trotz der müßigen Aufgabe, die wir in unserem Leben haben, in unserem Leben, diese Müßigkeit, die uns umtreibt, können wir jetzt schon uns unseres Lebens erfreuen. Das ist keine Unmöglichkeit mehr. Der Unterschied ist aber der, dass wir sehen, was ja auch hier passiert in diesem Abschnitt, so häufig wird von Gott ausgegangen. Jetzt nochmal Vers 13, aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Genau das will es uns erkennen lassen. Dann können wir nämlich auf einmal sehen, wenn wir bei Gott sind, wenn wir sehen, dass er diese Zeiten und dass er alles gut führt, wie freundlich der Herr ist, können wir dann auf einmal sehen und schmecken. Und dann können wir wirklich Zufriedenheit erfahren. Deswegen ist es so trügerisch, wenn man eben nochmal sein Leben allein auf Liebe ausrichtet. Also auf einen Aspekt dieser Zeitlichkeit des Gedichts. Nur auf Reichtum, nur auf Freude, aber dann auf einmal alles vergeht, weil man krank wird, man arm wird oder stirbt und dann letztlich alles verliert. Und dann ist wieder nichts. Alles vergeht, aber Gott bleibt in Ewigkeit. Und diese Ewigkeit hat er uns ja auch ins Herz gelegt. Und nur weil Gott bleibt, können wir das auch. Und wenn wir dann Gott haben und bei Gott sind, dann sind auf einmal auch die Täler kein Problem mehr, in die wir vielleicht kommen in unserem Leben. Wie auch Psalm 23 es ja voraussetzt. Und anstatt uns deshalb zu ärgern über die Mühen, die wir haben, können wir stattdessen dankbar sein für die Aufgaben, die Gott uns gegeben hat und einfach auch mal sehen, was für viele Kleinigkeiten Gott uns gegeben hat. Ich weiß nicht, wie es für dich in deinem Leben ist, aber ich kann so als Resümee unter meinem Leben ziehen, dass ich eigentlich nie gefroren habe, nie Großhunger gelitten habe, sondern in meinem ganzen Leben einfach so viel Güte erfahren durfte. Das vergisst man dann schnell, wenn es einfach zur Voraussetzung wird, dass das so ist. Aber das ist auch ein Aspekt, den wir immer wieder mitnehmen können von Prediger, dass wir immer wieder schauen, diese vielen Gaben, die Gott in unserem Leben gegeben hat. Auch vielleicht wenn, als eine Sache, die wir wirklich mitnehmen können, dieses Gute, was Gott gegeben hat, diese Gaben, Vers 13, die Gott uns gegeben hat, trotz der Mühen. Und da merkt man ja auf einmal, dass hier diese Begriffe, doch auf einmal, dass ab Vers 12 es auf einmal sehr positiv wird im Vergleich zu der ganzen negativen, frustrierenden Haltung, die vorher so durchkam. Und vielleicht ist es so, dass wir alle mal in Situationen kommen, vielleicht wo es schwerer wird für uns. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du einen Verlust erlitten hast, selber krank geworden ist und dann können wir uns trotzdem an Gott festhalten, weil er hat das alles so bestimmt, damit es gut wird, damit etwas Gutes daraus erwächst. Der hat alles gut geführt. Das verspricht uns hier auch der Prediger, das verspricht uns Gott durch den Prediger und dabei müssen wir behutsam unterscheiden, dass das nicht einfach so ein Don't worry, be happy Trost ist. So, jetzt, glaube doch mal in dein Glauben, hab Vertrauen in dich selbst. Nein, es geht ja hier darum, dass wir Gott glauben, also einer Person, dem Schöpfer der Welt, den Erhalter allem Lebens. Glaube ist eben nur so gut, wie das, woran man letztlich glaubt. und der Glaube kann nur tragen, wenn man an etwas glaubt, was wirklich trägt. Wenn man aber sein Vertrauen, und da kommt dieser Aspekt wieder, nur in etwas setzt, was mit Sicherheit verschwinden wird, wie eben Gesundheit, in Zeiten von Krankheit oder eben am Ende des Lebens, dann können wir doch darauf nicht unser Leben bauen, weil das wird sicherlich uns irgendwann im Stich lassen. Wenn wir aber unser Vertrauen auf etwas Ewiges setzen und ewig ist allein Gott, dann kann uns im Wandel der Zeiten unsere Hoffnung nie abhanden kommen. Denn dann können wir wissen, Römer 8, Vers 28, wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wie kann dann, wenn wir diese schöne Perspektive mehr haben, das Leben monoton oder bedeutungslos sein. Wir wissen, wir haben einen Auftrag. Wir leben in einem Leben, das von unserem Schöpfer, unserem Erlöser gut geplant ist. Das ist ermutigend und das treibt an und es hilft einem, genau aus dieser Frustration rausgekommen. Wie gesagt, Gott will uns in diese Frustration bringen, dass wir zu ihm kommen und dann werden wir auf einmal erleben, dass das Leben nicht nur nichtig ist. Thomas Watson hat das einmal so zusammengefasst. Ewigkeit für den Frommen ist ein Tag ohne Sonnenuntergang. Ewigkeit für den Ungläubigen hingegen ist eine Nacht ohne Sonnenschein. Und von der richtigen Einstellung, die es letztlich zu uns treiben soll, spricht jetzt Salomo zum Schluss. Wir sollen nämlich das alles erkennen, damit wir Gott fürchten. Und dabei ist das nicht die Furcht, die man vor allem Sklaventreiber oder sowas hat, sondern die Unterordnung unter einem allmächtigen, liebenden Vater. Wenn wir ihn Gott haben, brauchen wir keinen anderen mehr zu fürchten, weil er die Kontrolle hat. Und dann gibt es auch niemanden mehr, den wir zu fürchten brauchen. Und so haben wir mindestens zwei Geschenke, die uns Gott gegeben hat. Einmal ein Auftrag und damit das Leben, die Ewigkeit, die er uns ins Herz gegeben hat und jetzt in Abvers 14 noch weiteres. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzugeben. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchtet. Wenn man also dem Nichts hinzuzufügen ist, was Gott tut, auch in unserem Leben nichts wegzunehmen ist, könnte man auch anders formulieren, Gottes Werke sind perfekt. Damit sind wir wieder bei dem Schönen gemacht zu seiner Zeit. Alles, was er tut, bleibt, ist beständig. Und an seinem Tun können wir gar nichts ändern, wollen wir auch gar nicht. Und Gottes Plan, wie gesagt, soll uns zu ihm bringen. Er soll den Menschen dazu bringen, ihn zu verehren und das ist letztlich der Schlüssel zu Prediger. Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit und der Schlüssel zur Linderung der Frustration unseres Lebens. Es ist sinnlos, zu versuchen, die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft zu ändern. Gott nutzt all diese Spannung und Frustration und Belastung, um uns zu ihm zu führen. Und das ist ein Zeichen letztlich von Gottes Güte, weil wir sind von ihm zuerst weggegangen und er tut aber alles und nutzt auch das, worin wir uns gebracht haben, die ganze Misere, die wir uns als Menschheit gebracht haben, indem wir uns von Gott, unserem Schöpfer, getrennt haben, dass wir daran verzweifeln an dieser Situation, in die wir uns gebracht haben und uns wünschen, zu ihm zurückzukommen. Und das ist das Schöne, dass Gott genau das ermöglicht hat. Und damit sind wir jetzt viele Jahre später. Denn wir müssen bedenken, Prediger hat ja diese Stellen viele Jahrhunderte vor Christus geschrieben. Wir leben jetzt drei Jahrtausende knapp später und zwei Jahrtausende nach Christus. Wir haben inzwischen eine vollständige Bibel und nicht zuletzt auch eines der mutigsten Bücher, nämlich die Offenbarung des Apostels Johannes. und damit möchte ich zum Schluss kommen, indem wir noch einmal vergleichen, was Gott uns aufgedeckt hat in dieser Zeit, was auch noch mal dieses Gedicht, was wir gelesen haben, in einen ganz anderen Kontext stellt. Denn Gott hat das, was für uns ein Rätsel ist, das, was wir noch nicht vollkommen ergründet können, über die Zeit immer mehr aufgedeckt. Es ist noch nicht alles aufgedeckt, wird es erst in der Ewigkeit sein, aber wir wissen jetzt schon wesentlich mehr. Zum Beispiel, dass es eine Zeit geben wird, in der es keine Zeit mehr gibt, kein Wandel damit. Offenbarung 21, 23 bis 27 Die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr Schein, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nation zu ihr bringen und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, doch derjenige, der Gräu und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Also hier wird es dann eine Zeit geben bei Gott, in der es nicht mehr diesen Wandel der Zeiten gibt, nur noch Ewigkeit, und auch nicht mehr das, was damit erwächst. Die Sorgen, die Mühen, aber auch die Trauer, die Verluste, letztlich die Ohnmacht gegenüber all dem Wandel und dieser niedrige, dieser ständige Wunsch nach Ewigkeit, der wird dann endlich erfüllt werden und dann wird auch etwas Zweites kommen. Es wird nicht nur die Zeit weggenommen werden, die frustriert wird, sondern es wird auch aus diesem, wenn wir nochmal an dieses Zeitgedicht denken, auch alles Negative rausgenommen, auch noch mehr, wie wir sehen werden, wie wir sehen in Offenbarung 7 Vers 14 bis 17 und ich sprach zu ihm, also Johannes spricht jetzt mit einer Person, die da auch in seiner Vision da mit da ist, mein Herr, du weißt es, er hat ihm eine Frage gestellt, nämlich wer die Leute sind, die da vor dem Thron anbeten und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes und darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen im Tag und Nacht in seinem Tempel und der auf dem Thron sitzt wird über ihn wohnen sie werden nicht mehr hungern noch sie werden sie nicht mehr dürsten noch wird die Sonne auf sie fallen noch irgendeine Glut denn das Lamm ist in der Mitte des Thrones das in der Mitte des Thrones ist wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen wer sind also die die da stehen die keine Träne mehr in ihrem Leben haben wo all das kein Hunger kein Durst mehr sein wird für diejenigen es sind die deren Gewänder gewaschen wurden im Blut des Lammes und das ist ein ein Bild für genau das was passiert wenn wir zu Jesus kommen wir haben ein ein wir sind Sünder das hatten wir ich schon angesprochen wir haben Schuld vor Gott die uns von ihm getrennt hat und in all diese Misere reingeschmissen hat aber durch das Kreuz können wir rein werden von unserer Schuld und wenn genau das passiert ist dann können wir vor ihm stehen aber wie passiert es es passiert indem jeder von uns diese Zeit die er hier noch auf der Erde hat nutzt um vor Gott niederzufallen um ihn anzubeten die Schuld einzugestehen die er im Leben hat die er sich selbst aufgeladen hat die ihn selbst vor Gott getrennt hat die ihn in diese Situation gebracht hat und dann wird all das von ihm weggenommen werden und dabei bricht dann eine besondere Zeit an die da in Ewigkeit fortdauern wird die dann aber das Leben dessen prägen wird der ein reines Gewand hat schon jetzt die Zeit Gott zu loben und die Zeit beginnt für uns alle schon jetzt die Zeit beginnt nicht erst da oben wenn wir bei Gott sind und deshalb ist jetzt auch eine unserer oder mit unsere zentralste Aufgabe hier auf der Erde Gott zu loben und dankbar zu sein für all das Gute was er an uns in dem Leben getan hat wie häufig vergessen wir das und beschäftigen uns nur mit unserem Studium oder mit dem was sonst so ansteht in unserem Leben was uns ablenkt und vergessen dabei den Geber all der guten Gaben die wir in unserem Leben haben dürfen doch es gibt eben diese Hoffnung bei Gott und dazu müssen wir alle flüchten solange wir die Zeit noch haben so heißt es in einem Kanon damit möchte ich damit möchte ich schließen alles ist eitel du aber bleibst und den du ins Buch des Lebens schreibst und das Buch des Lebens ist das Buch das in der Ewigkeit bei Gottes bei dem die Namen der Gläubigen stehen deshalb die Frage stehst du in diesem Buch damit möchte ich beten großer Gott wir wollen dich anbeten für dafür dass du uns geschaffen hast dass du uns zu dir getrieben hast wenn es schon so so sein sollte dass du all das nutzt all das was wir uns auch auferlegt haben um dich wieder zu um uns wieder zu dir zu bringen um uns zu erlösen von unserer Schuld um uns wirklich Freude zu geben wir suchen Freude in so vielen Dingen auch in Dingen die du uns zu Recht und um Unseitwillen verboten hast wir sündigen was uns nur weiter weg bringt wir tun wovon wir uns kurze Freuden erwarten aber die einzige Freude die wirklich bleibt eine beständige Freude finden wir nur in dir und so bitte hilf dass wir dafür leben dass wir leben dafür dich zu ehren und dich zu loben schon jetzt und bis in alle Ewigkeit Amen